So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rocket League. Wie ihr sehen könnt, wir haben so einen kleinen Ball, ja. Oh, wie es Rocket ist. Seit dem neuen Update von Rocket League? Mach doch erstmal einen Eingangor. Nein. Fuck you. Es gibt neue Spieleinstellungen, ja. Es gibt einen neuen Modus, eine neue Spieleinstellung. Kevin und ich, wir haben gerade schon mit einem ganz kleinen Ball gespielt und wir spielen auch mit den größten, den es gibt, ja. Also ich sehe Kevin nicht und er sieht mich auch nicht. Wir schießen einfach mal. Hallo. Oh Gott. Also wenn man hier den Ball nicht trifft, dann weiß man ja, ich gesagt auch nicht, was mit dem los ist. Oh, wow. Nein. 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 Es war ein bisschen hoch, ne? Ah, weg da. Oh Gott. Ja. Boah. Ah, Alex, hast alles im Griff. Ja, aber ich schieß nochmal. Ich wollte versuchen es. So. Alter. Junge. Boom. 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 Oh mein Gott. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Machst du gar nicht. Huiiii. Sag ich doch. Lass, mach ihn rein. Alter. Wie war das? Oh mein Gott. Nein. Fuck you. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein. Alter. Am ganzen. Nein. Ich, ich find man kann ihn voll schwer einschätzen. Ja, sag mal. Geh weg da. Und dann fährt man meistens voll am Ball vorbei. So, gerettet, Junge. Alter. Alter. Das ist äh. Monster. Monster. Ich fahr von dem Fall drunter lange. Ich fahr von dem Fall drunter lange. Es soll man mal hyper Schallgeschwindigkeit nach erfahren. Ja, nachdem ich hier hatte. Ach. So. Mit was von einer Ballgröße. Mach doch mal die kleine. Oh, ein Fallrückzieher. Oh. YouTube darf auch nochmal den ganz kleinen Ball sehen. Boah. Du kriegst heute kein Tor. Komm, lass, lass den reinmachen. Nein. 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 Lass den reinmachen. Das kann nicht wahr sein. Oh, oh. Oh. Ja, du kriegst einfach immer einen Torschuss, wenn er Richtung Tor kommt. Ja. Mach's an. Vorlage. Vorlage. Was? Ja, sicher. Was ist das denn treu ist, Alter? Ja. Der passt genau dazwischen. Ich spiele ja mit dem Kleinen, da habe ich gegen Cammy gewonnen. Leute, du fährst ja gar nicht. Äh. Äh. Mit dem Hinterteil. Nein, ich habe keine Lust mehr. Du Scheiße. Alter. Ja, warte. 48 Sekunden. Du kannst auch gerne zurendern, gell? Man kommt dabei. Was? Gell? Ich habe keinenall. Hallo. Komm schon. Nein, das kann nicht. Warte! Wie das? Alter. Nein. Nein. Ich bin gebrankt. Ich will auch ein Tor. Boah, das kann nicht wahr sein. Komm schon, ein Tor, wenigstens eins. Ach, fuck yo. Oh, ist auch wild, Junge. Oh. Okay, einstellen. Oh. Den Ball. Okay, jetzt haben wir Hyperschallgeschwindigkeit. Ja, rechts steht übrigens auch nochmal alles. Boah, oh Gott. Boah, Junge. Der Kopf ist weg. Hab ich. Alter, der Boost. Oh, Junge. Okay, einfach kein Boost. Einfach kein Boost mehr zinten. Putz. Wieatt. Wieai. Wiei. Oh, warte. Den krieg ich doch. Den krieg ich doch. Wieинки. Juuu! 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 Den hab ich! Oh! Boah! Alter, der erste! Der erste! Boah, Alter! Eww! Boah, der ist drinne! Fuck you! Alter, wie schnell der ist! Boah! Boah! Uups! Huijuu! Den hab ich! Den hab ich! Den hab ich! Jawoll, Junge! Alter! Boah, Bursch! Ich hab auch kein Bursch! Alter, du musst unbedingt mal fliegen, Alter! Ja! Woah! Woah! Ich hab grad Looping gemacht! Wenn du Doppelsprung machst mit Boost, mach das mal! Uupsala! Ach, kein Problem! Ich hab ihn gekriegt! Mach mal, hast du Doppelsprung mit Boost gemacht? Ja! Ja, machst du schön Looping, du! Aber guck dir das mal an! Juuu! Hahaha! Alter! Sto wie, Junge! Du hast drin! Am Arsch! Am Arsch! Hey! Hahaha! Was? No! Sehr gut, Kevin! Am Arsch! Haha! Haha! Oh! Sehr gut, Kevin! Ja! Juuu! Ja! Also da mach ich nessa! Wat für'n Ding, Junge! Wups! War auch nur 115 kmh! Ja gut, da machst du echt nix Alter, geht das am Start immer ab Da steht man so und auf einmal Nein Nein Oh fuck, jetzt geht er wieder an meinen Tour ey, das kann doch nicht Ja, guck dir das an, guck dir das an Ja tolles Tor von dir am Arsch Oh Gott, jetzt geht es wieder ab Von 0 auf 300 innerhalb von 2 Sekunden ey Hast du den? Ja, da ist er, komm Oh Gott Nein Oh, Alter Er ist drin Boah, Unfall, Unfall, Unfall Am Arsch, das kann doch nicht wahr sein ey Distanz-Tor Lächerlich Toll Upsala Ist so ein bisschen so schnell oben Das kann nicht wahr sein Oh Gott, hab ich dich jetzt überhaupt getroffen Na, Alter Uuuuuh 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 Nein 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 So Oh Leute Uuuuuh Oh Boah Gott Ey, warte, aber wenn man nachher mit Marvin oder Remo spielen, wir sagen nichts Ja, ist doch keiner da Ja, aber wir sagen wirklich nichts Nein 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 Und wieder in eine Richtung Komm schon So Oh 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 Ja Boah Nein 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 Junge Nein Nein Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 Weiter Nein Was haben wir noch mal getroffen Ha 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 Oh Gott Ach Nein Das Spiel ist scheiße Ja Okay, sollen wir nochmal das machen Nein Was macht man jetzt Rage crit Rage crit